Heute machen wir einen richtig süßen Schocker, Krok-Schock. Erster Schocker, richtig Butter, so ein richtig ordentliches Teil hier mal rein. Einmal durchrühren, dann ein Ei, ein schönes Ei hier reinschlagen, jawohl. Bisschen Creme Fraiche, das heißt ein bisschen, jawohl, 145, das heißt ein bisschen, richtig viel Creme Fraiche hier rein. Genau, das Ganze verkleppern und da kommt jetzt der Schocker rein, weil das ist es ja noch gar nicht, gell? Also, das haben wir durch. 30. 30, genau, zwei Scheiben Toast und was kommt da rein? Eine halbe Tafel Fokolate. Das Ganze hier einmal wenden, so, nochmal und nochmal und rein damit ins Fett, jawohl. So, das brät jetzt schön vorsichtig hin. Das ist so, wenn man das in den Mund nimmt, wunderbar, ja, dann, das zerläuft einfach und man muss lächeln. 10 und schon gewendet, das Ganze. Schaut euch das an. Sieht das toll aus. Oh, was freue ich mich jetzt drauf. Und Lein. Das ist genau jetzt in der Mitte zwischen Wenden und Dings. Mh, ist das lecker. Mh, ist das lecker. Mh, ist das lecker.